Herzlich Willkommen PSP FIFA TV Um was wird es gehen? Also ich stelle mich erst mal vor Marco Schummel PSP FIFA DE PSP King DE So, um was wird es gehen? Was können wir euch präsentieren in naher Zukunft? Die erste Sondung erfolgt in naher Zukunft und zwar es geht um PSP, PS2 PS3, DSi Wii Xbox Ich weiß nicht, natürlich nicht Über die Go werden wir besonders viel berichten sobald wir einiges erfahren werden Spielrebüse und neue Games berichten wir, testen wir, werden gucken ob sie was bringen Lohnt es sich sie zu kaufen wie zum Beispiel die neue PSP Go die ja total vertraut ist in Europa 250 Ocken ne und ja unter anderem suchen wir noch tatkräftige Mitstreiter die sich in Wort und Bild präsentieren können so wie ich und ja das war jetzt erstmal für mich im Anschluss eins meiner neuen Videos und es wäre schön von euch zu hören, zu lesen meldet euch ruhig auf www.psp-viva.de 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 Vielen Dank.